Was man sagt, wenn man ein erfreuliches oder schlechtes Erlebnis hat. Wenn der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, ein erfreuliches Erlebnis hatte, so sagte er Lob sei Allah, durch dessen Gunst die rechtschaffenden Werke vervollkommnet werden. Und wenn der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, ein Erlebnis hatte, das er verabscheute, sagte er Lob sei Allah unter allen Umständen.